Tina Turner, die von vielen als die unbestrittene Königin des Rock'n'Roll angesehen wird, hinterließ mit ihrer kraftvollen Stimme, ihren epischen Konzerten und ihrer unvergleichlichen Entschlossenheit einen unauslöschlichen Eindruck in der Musikindustrie. Mehr als sechs Jahrzehnte lang hat ihr Leben Menschen auf der ganzen Welt in seinen Bann gezogen. Erwin Bach, Tinas treuer Ehemann, brach schließlich ein Jahr nach dem Tod seiner Frau mit dieser Erklärung sein Schweigen. Hat er, was ihr gemeinsames Leben betrifft, endlich die Wahrheit über die Gefühle seiner Frau enthüllt? Ist Tinas wahre Liebe Erwin Bach? Wir laden Sie ein, mit uns in ein exklusives Gespräch mit Erwin Bach einzutauchen und die geheime Geschichte von Tina Törners letztem Kapitel zu erfahren. Eine Geschichte über Liebe, Durchhaltevermögen und eine unglaubliche Tragödie. Frühes Leben und missbräuchliche Ehe. Mitten auf dem Lande in Tennessee wurde ein aufstrebender Star geboren, aber ihre Zukunft war noch ein Geheimnis. Anna Mae Bullock, die jüngste Tochter einer produktiven Familie, erblickte am 26. November 1939 in dem malerischen Dorf Nuttbush das Licht der Welt. Ihre Familie war für ihre harte Arbeit bekannt. Dass dieses kleine Mädchen, das zusammen mit ihrer Familie BA der Baumwollernte arbeitete, eines Tages zu einem weltweiten Phänomen werden würde, das mit seiner Stimme und seiner Präsenz Millionen von Menschen anzieht, war allen völlig unbekannt. Wie der Lauf der Dinge zeigt, war Anna Mais Weg nicht frei von Hindernissen jeglicher Art. Während des Zweiten Weltkriegs wurde sie von ihren Eltern getrennt und wuchs in der Folge unter der strengen Aufsicht ihrer Großeltern auf. Außerdem wurde sie tief in die geistliche Welt der Woodlawn Missionary Baptist Church eingebunden. Hier, im Kirchenchor, entwickelte sich Anna Mais Liebe zum Singen, die später ihr Leben bestimmen sollte, und hier blühte sie auf. Anna Mais Jugend war von Momenten des Übergangs und der Ungewissheit geprägt, angefangen bei der Wiedervereinigung mit ihren Eltern in Knoxville bis hin zu ihrer späteren Rückkehr nach Nuttbush. Im Leben der kleinen Anna Mae entstand eine Lücke durch den unerwarteten Weggang ihrer Mutter, die versuchte, sich von einer missbräuchlichen Beziehung zu lösen. Ihre Großmutter kümmerte sich um Anna Mae und ihre Schwestern, als ihr Vater wieder heiratete und dann nach Detroit zog, was die Familie weiter zersplitterte. Anna Mae und ihre Schwestern wurden in der Obhut ihrer Großmutter zurückgelassen. Die ohnehin schon angeschlagene Familie erlitt einen schweren Schicksalsschlag, als Anna Mais Halbschwester Evelyn B.E. einem Autounfall ums Leben kam. Dies war ein tragisches Ereignis, das die Familie völlig erschütterte. Anna Mae zeigte sich trotz der Herausforderungen sehr widerstandsfähig. An der Carver High School widmete sie sich voll und ganz ihren akademischen Fähigkeiten, während sie gleichzeitig ihrer Leidenschaft für Musik nachging und ihre Vorliebe für Cheering und Basketball auslebte. Im Club Manhattan in East St. Louis hatte Anna Mae eine zufällige Begegnung mit dem extravaganten Bandleader Ike Turner, die ihren Lebensweg für immer verändern sollte. Wie es das Schicksal wollte, sollte diese Begegnung eine Wende herbeiführen. Da sie von seinen Fähigkeiten fasziniert war, bat sie mutig, um die Möglichkeit in seiner Band, den Kings of Rhythm, aufzutreten. Obwohl sie zunächst mit Widerwillen empfangen wurde, zahlte sich Anna Mays Beharrlichkeit aus und sie wurde schnell zu einer gefeierten Sängerin, die mit ihrer starken Stimme die Zuhörer in ihren Band zog. Dank der Ausbildung, die sie von Ike Turner erhielt, konnte Anna Mae Turner ihre Fähigkeiten perfektionieren und sich zu der explosiven Künstlerin entwickeln, die die Welt später als Tina Turner kennenlernen sollte. Von der rauen Air-and-Beast-Szene bis hin zu den glitzernden Bühnen von Las Vegas wurde die Show von Ike und Tina Turner zu einer unübersehbaren Kraft, die man nicht ignorieren konnte. Die leidenschaftliche Fanggemeinde, die sie sich erspielt haben, ist ein direktes Ergebnis ihrer energiegeladenen Konzerte und ihrer gefühlvollen Versionen von Klassikern. Doch hinter all dem Glanz und Glamour verbarg sich auch eine düstere Geschichte. Ike Turners gewalttätiges Verhalten und sein dominanter Charakter werfen einen Schatten auf ihre Beziehung und ihre jeweiligen Erfolge. In der Anfangsphase ihrer Beziehung schienen Tina Turner und Ike Turner eine Verbindung zu haben, die wie eine Seelenverwandtschaft aussah. Eine Verbindung, die über die Sphäre der irdischen Existenz hinausging. Was 1956 als flüchtige Bekanntschaft begann, entwickelte sich allmählich zu einer romantischen Verstrickung, einer Liebesbeziehung, die mitten in den Turbulenzen von Ikes Beziehung mit seiner Lebensgefährtin Lorraine Taylor aufblühte. Es war ein denkwürdiger Tag, als Tina, die Schutz vor den unwillkommenen Avancen eines anderen Künstlers suchte, in Ikes armen Frieden fand. Dies war ein Moment, der das Leben der beiden für immer verändern sollte. Die Schwächen ihrer Beziehung hingegen traten schon bald nach der Aufnahme ihres bahnbrechenden Songs A Fool in Love zutage. Tina, die zu diesem Zeitpunkt schwanger war, äußerte den Wunsch, ihre Liebesbeziehung zu beenden. Sie kämpfte mit der Last des neu entdeckten Ruhms und den Verpflichtungen, die mit der Elternschaft einhergingen. Die Antwort, die Ike gab, war gewalttätig. In einem Moment des Zorns, den er nicht kontrollieren konnte, prallte eine hölzerne Schuhtrage gegen Tinas Schädel. Obwohl Tina zum ersten Mal den kalten Griff des Grauens in ihrer Beziehung erlebte, beschloss sie, mit Ike zusammenzubleiben, weil sie ihn liebte oder vielleicht, weil sie an sein Potenzial glaubte. Hinter verschlossenen Türen hingegen begann das Märchen zu bröckeln. Ikes Neigung, andere zu kontrollieren und seine gewalttätigen Ausbrüche werfen einen Schatten, der sich negativ auf ihre Entwicklung auswirkt. Tinas Selbstmordversuch im Jahr 1968, ein letzter Versuch, sich aus dem Teufelskreis des Missbrauchs zu befreien, war eine erschreckende Demonstration des Leids, das sie durchmachen musste. Tina trug eine enorme Last mit sich, eine Last, die sie selbst dann noch mit sich trug, als sie Abend für Abend das Publikum verzauberte. Die körperlichen und seelischen Wunden, die Ikes Verhalten hinterließ, waren eine Last, die sie zu tragen hatte. Anfang der 1970er Jahre verschlechterte sich die Beziehung der beiden und auch die Popularität der Revue aufgrund von Ikes Kokainabhängigkeit und seinem unberechenbaren Verhalten. Tinas Solo-Alben, Tina Turns the Country On und Acid Queen hatten keinen großen Erfolg, was die ohnehin instabile Beziehung weiter belastete. Tinas Entscheidung, alles zu verlassen, was sie kannte, um ein besseres Leben zu führen, war der letzte Strohhalm, den sie in jener schicksalhaften Nacht in Dallas brechen musste, als sie in einen gewalttätigen Zwischenfall verwickelt wurde. Tina hatte einen langen und schwierigen Weg vor sich, um ihre Identität wiederherzustellen und sich eine neue Karriere aufzubauen. Mit nichts weiter als ein paar Groschen und einer Tankstellenkreditkarte begab sie sich auf eine Reise der Selbstfindung und stellte fest, dass ihre neu erworbene buddhistische Religion ihr Kraft und Trost spendete. Obwohl sie die schwierige Aufgabe zu bewältigen hatte, die Rechnungen für die verschobene Tournee zu begleichen und sich durch das verworrene Rechtssystem der Scheidung zu kämpfen, gelang es ihr dank ihrer inneren Stärke und ihrer unbestreitbaren Fähigkeiten weiterzumachen. Aufstieg zum Ruhm und Neuerfindung Tina Turner befand sich an einer Weggabelung, als sich der Staub jener Nacht in Dallas legte, die ihr Leben für immer verändern sollte. Sie fasste den mutigen Entschluss, das turbulente Leben, das sie mit Ike Turner geführt hatte, hinter sich zu lassen, obwohl sie nicht mehr als ein paar Pennys und eine Tankstellenkreditkarte besaß. In einem verzweifelten Versuch, aus dem Teufelskreis von Missbrauch und Kontrolle auszubrechen, der ihr Leben so lange Zeit geprägt hatte, wagte sie den Sprung ins kalte Wasser. Tinas Weg war in der Anfangsphase ihrer neu entdeckten Freiheit mit Schwierigkeiten behaftet. Sie sah sich mit der gewaltigen Herausforderung konfrontiert, beruflich neu anzufangen und gleichzeitig die rechtlichen und finanziellen Auswirkungen ihrer Scheidung von Ike zu bewältigen. Tinas unbezwingbarer Geist hingegen ließ sich auch von den Herausforderungen nicht unterkriegen. Sie erlernte die Lehren des Nam-myoho-renge-kyo, die ihr die nötige Kraft gaben, um in ihren neu erworbenen buddhistischen Überzeugungen Frieden zu finden. Diese innere Stärke in Verbindung mit ihrem unbestreitbaren Können spornte sie an und gab ihr den Mut, sich auf eine Reise der Selbstfindung zu begeben, die schließlich sowohl ihr Leben als auch ihren beruflichen Weg neu gestalten sollte. Tinas Position im Leben begann sich zu verändern, als das Jahrzehnt der 1970er Jahre zu Ende ging. Es war ihre elektrische Version von Al Green's Let's Stay Together und ihre Arbeit mit B.I.F. an der Neuauflage von Ball of Confusion, die die Aufmerksamkeit für ihre einzigartigen stimmlichen Fähigkeiten neu entfachten. Capitol Records setzte auf die wiedererwachte Ikone und veröffentlichte 1984 ihr Comeback-Album Private Dancer. Die Musikbranche nahm das wiedererwachte Talent zur Kenntnis und entschied sich für die Veröffentlichung des Albums. Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass der Erfolg von Private Dancer außergewöhnlich war. Das Radio wurde von Hits wie What's Love Got To Do With It und Better Be Good To Me dominiert, die Tina mit Wucht zurück ins Rampenlicht katapultierten. Tinas Platz als kulturelle Ikone und Stimme für die Emanzipation der Frauen weltweit wurde durch die rohe Leidenschaft und die unverblümte Weiblichkeit des Albums gefestigt, die B.I. den Hörern auf der ganzen Welt Anklang fand. Der postapokalyptische Film Mad Max Beyond Thunderdome, in dem Tina eine von der Kritik hochgelobte Rolle hatte, trug zum stetigen Anstieg ihrer Popularität B.I. Durch ihre Darstellung der Anti-Entität, der gnadenlosen Diktatorin von Barter Town, konnte sie ihr schauspielerisches Können unter Beweis stellen und sich einer neuen Generation von Lesern und Zuschauern vorstellen. Tinas Stellung in den Annalen der Popkultur wurde durch die Aufnahme des beliebten Liedes We Don't Need Another Hero in den Soundtrack des Films weiter gefestigt. Im Laufe des Jahrzehnts der 1980er Jahre erreichte Tinas Karriere unbeschreibliche Höhen. Neben ihrem spektakulären Auftritt bei Live Aid mit Mick Jagger, der das Publikum rund um den Globus elektrisierte, brachen ihr Album Break Every Rule und die dazugehörige Welttournee Rekorde und brachten ihr einen Platz im Guinness Buch der Rekorde ein. Tina Turner zog mit ihrer explosiven Energie und ihrer freizügigen Sexualität bei ihren Live-Auftritten Fans aus allen Gesellschaftsschichten in ihren Bann und wurde damit zur Legende. Tina Turner war eine unaufhaltsame Kraft, die sich in den 1990er Jahren neuen Problemen stellte und neue Siege errang. What's Love Got To Do With It? Das Biopic, das auf die Veröffentlichung ihrer Autobiografie Ei, Tina folgte, beleuchtete die dunkelsten Seiten ihres Lebens, darunter ihre turbulente Ehe mit Ike und die Gewalt, der sie durch ihn ausgesetzt war. Beide Ereignisse ereigneten sich nach der Veröffentlichung ihres Buches. Der Film und die Musik, die ihn begleitete, waren ein Denkmal für Tinas Widerstandskraft und ihren endgültigen Sieg über das Unglück, auch wenn es schwierig war, die jeweiligen Themen erneut zu erleben. Tina durchbrach im Laufe des Jahrzehnts immer wieder Grenzen und definierte neu, was es bedeutete, eine weibliche Künstlerin im Musikgeschäft zu sein. Ihre Fähigkeit, Genres zu überschreiten, zeigte sich in ihrer Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Künstlern, von Barry White bis Eros Ramazzotti. Ihre Flexibilität wurde durch diese Partnerschaften unter Beweis gestellt. Mit ihrem unverwechselbaren Stil und ihrer inspirierenden Botschaft diente sie vielen Frauen auf der ganzen Welt als Inspirationsquelle und wurde so zu einem Symbol der Stärke und zu einem Leuchtfeuer der Hoffnung angesichts unüberwindbarer Hindernisse. Als das neue Jahrhundert begann, war Tinas Vermächtnis bereits fest etabliert und unerschütterlich. Ihre Abschiedstournee, die den Titel 24-7 trug, war ein weltweiter Erfolg, der mehr als 100 Millionen Dollar einbrachte und ihre Position als Solokünstlerin mit den meisten verkauften Konzertkarten in der Geschichte der Musikindustrie festigte. Die Tatsache, dass es ein passender Abschluss für eine Karriere war, die alle Erwartungen übertroffen hatte, ist ein Denkmal für Tinas anhaltende Stärke und ihren unnachgiebigen Geist. Tinas Einfluss halte auch in den Jahren nach ihrem Tod noch in der Musikbranche und darüber hinaus nach. Sowohl ihre Auszeichnungen bei den Kennedy Center Honors als auch ihre Zusammenarbeit mit Musikern wie Beyoncé erinnerten an die anhaltende Wirkung, die sie auf die Popkultur hatte und an den unauslöschlichen Eindruck, den sie in ihr hinterlassen hatte. Wiedergefundene Liebe Ihre unglaubliche Liebesgeschichte mit Irwin Bach ist wie ein roter Faden. Ein Denkmal für die Kraft der Liebe, die heilen, inspirieren und verändern kann. Tina Turner und Irwin Bach sind schon sehr lange zusammen. Die Geschichte zweier Seelen, die sich trotz aller Widrigkeiten entdeckten und eine unerschütterliche Freundschaft schmiedeten, die den Prüfungen der Zeit, der Krankheit und den Blicken der Öffentlichkeit standhielt, ist die Geschichte ihrer gemeinsamen Reise, die sich über drei Jahrzehnte erstreckt. Eine zufällige Begegnung am Düsseldorfer Flughafen im Jahr 1985 war das erste Mal, dass sie miteinander in Kontakt kamen und es war ein Moment, der den Verlauf ihres Lebens für immer verändern sollte. Irwin, ein junger und schneidiger Musikmanager, der im Auftrag ihrer europäischen Plattenfirma EMI zu Tina geschickt worden war, war sofort von der Anwesenheit der großen Sängerin fasziniert. Tina, die in ihrer früheren Ehe mit Ike Turner jahrelang Prügel und Kummer erlebt hatte, empfand die Verbindung als ebenso elektrisierend. Im Nachhinein erinnert sie sich, dass ihr Herz in dem Moment, in dem sie Irwin erblickte, einen Schlag aussetzte. Ein Gefühl, das sie zuvor noch nie erlebt hatte. Von diesem unglücklichen Tag an begann für Tina und Irwin eine Liebesreise, die sich über Traditionen und Erwartungen hinwegsetzte. Ihre Liebesgeschichte begann mit diesem schicksalhaften Tag. Die beiden entdeckten in dem jeweils anderen einen verwandten Geist, einen Gefährten, der die einzigartigen Prüfungen und Errungenschaften ihres eigenen Lebens verstand und schätzte, obwohl sie 16 Jahre auseinander lagen. Tina konnte mithilfe von Irwin, der ihr Fels in der Brandung wurde, die Anforderungen ihrer Arbeit und die verbleibenden Traumata ihrer Vergangenheit bewältigen. Irwins stille Stärke und seine unerschütterliche Hingabe machten ihn zu einer ständigen Quelle der Unterstützung und Ermutigung für Tina. Als Tinas und Irwins Romanze aufzublühen begann, kamen sie zu dem Schluss, dass sie ihr gemeinsames Leben in dem charmanten Ort Kussnacht in der Schweiz aufbauen würden. Fernab vom Rampenlicht Hollywoods fand das Paar Ruhe in ihrem Haus am See, das ihnen als Zufluchtsort diente, an dem sie ihre Liebe füreinander kultivieren und in der Gesellschaft des anderen Frieden finden konnten. Der Umzug in die Schweiz bot Tina, die jahrzehntelang im Rampenlicht der Öffentlichkeit gestanden hatte, die Möglichkeit, ihr Leben endlich nach ihren eigenen Vorstellungen zu leben und in den einfachen Freuden der Häuslichkeit Zufriedenheit und Erfüllung zu finden. Tinas und Irwins Weg in die Ehe war nicht ohne Herausforderungen, obwohl sie eine tiefe Liebe füreinander empfanden. Irwin hatte Tina anlässlich ihres 50. Geburtstags zweimal einen Heiratsantrag gemacht, doch jedes Mal stieß er bei ihr auf Widerwillen und Unentschlossenheit. Tina, die in ihrer früheren Ehe viel Leid und Verrat erlebt hatte, empfand die Vorstellung, noch einmal einen Vertrauensvorschuss zu bekommen, als einschüchternd. Dennoch fand das Paar schließlich den Weg zum Altar und heiratete im Juli 2013 in einer kleinen zivilen Zeremonie am Ufer des Zürichsees. Dies geschah mit Geduld, Verständnis und einer unerschütterlichen Hingabe an ihre Liebe zueinander. Ihre Hochzeit, mit der sie ihre ewige Liebe und das Ende ihrer 27-jährigen Romanze feierten, war ein Beweis für die Stärke einer zweiten Chance und die Widerstandsfähigkeit des menschlichen Herzens. Tina und Irwin tauschten Gelübde aus, die nicht nur von ihrer Leidenschaft füreinander sprachen, sondern auch von dem Weg, den sie zurückgelegt hatten, um zu diesem Moment zu gelangen. Sie waren von einer ausgewählten Gruppe enger Freunde und Familienmitglieder umgeben. Für Tina, die bis dahin geglaubt hatte, dass echte Liebe und echtes Glück für sie unerreichbar seien, bedeutete dieser Tag einen Neuanfang, eine Chance, endlich die Freude und Erfüllung zu finden, die sie immer verdient hatte, ohne daran zu zweifeln. In den folgenden Jahren wurde Tinas und Irwins Liebe auf eine Weise auf die Probe gestellt, die keiner von ihnen je hätte vorhersehen können. Irwin war derjenige, der an Tinas Seite blieb, als B. ihr Darmkrebs diagnostiziert wurde und sie mit der Möglichkeit eines vollständigen Nierenversagens konfrontiert wurde. Er unterstützte sie nicht nur unerschütterlich, sondern schenkte ihr auch das Leben selbst. Das Paar entdeckte, dass es in der Lage war, sein Glück in den einfachen Freuden der Gesellschaft des Anderen zu finden, im Lachen und in den Erinnerungen, die sie miteinander teilten und in dem Wissen, dass ihre Liebe die Zeit überdauert hatte. Dies geschah in ihren späteren Jahren, als Tina sich von den Anforderungen ihrer Karriere zurückgezogen und ein ruhigeres Leben in der Schweiz geführt hatte. Gesundheitliche Probleme und herzzerreißende Verluste. Tina Turner, die für ihr strahlendes Lächeln und ihre kraftvolle Bühnenpräsenz bekannt ist, hat eine Reihe von stillen Kämpfen hinter sich, die ihre Fähigkeit zum Durchhalten und ihren Mut auf die Probe gestellt haben. Von den anhaltenden Wunden ihrer gewalttätigen Ehe mit Ike Turner bis hin zu den körperlichen Problemen, die ihr Wohlbefinden gefährdeten, ging die Königin des Rock'n'Roll jedes Problem mit der gleichen unnachgiebigen Hartnäckigkeit an, die ihre berühmte Karriere kennzeichnete. Ihre Karriere war geprägt von ihrer Fähigkeit, selbst die schwierigsten Hindernisse zu überwinden. Der Schatten der posttraumatischen Belastungsstörung, auch bekannt als PTBS, war eines der heimtückischsten Monster, das Tina auch dann noch verfolgte, als sie sich endlich von Ikes Kontrolle befreit hatte. Die jahrelange körperliche und seelische Misshandlung hinterließ einen unauslöschlichen Fleck in ihrer Seele. Leider ist diese Wunde nicht verheilt, obwohl sie neue Erfolge erzielen konnte. Tina kämpfte mit den Nachwirkungen ihres Traumas, dass sie ständig daran erinnerte, welchen Preis sie für ihre Freiheit bezahlt hatte. Diese Nachwirkungen zeigten sich in ruhigen Zeiten abseits des Rampenlichts. Zu allem Überfluss begann sich Tinas Körper im Laufe der Jahre gegen sie zu wenden, als ob der psychische Tribut nicht schon genug wäre. Ihre Nieren verloren allmählich ihre Funktionstüchtigkeit aufgrund von Bluthochdruck, der seit 1978 ein stiller Mörder bei ihr war. Infolgedessen musste sie sich mit der schrecklichen Aussicht auseinandersetzen, sich einer Dialyse unterziehen zu müssen. Neun schmerzhafte Monate lang war Tina an eine Maschine angeschlossen und die mühsamen Behandlungen, die notwendig waren, um sie am Leben zu erhalten, zehrten an ihrer zuvor grenzenlosen Vitalität. Ein Licht der Hoffnung erschien jedoch in Gestalt ihres treuen Ehemannes Erwin Bach, selbst in der schwierigsten Situation, in der sie sich befand. In einem Akt selbstloser Liebe erklärte sich Erwin bereit, Tina eine seiner eigenen Nieren zu spenden. Tina war überwältigt von der Wertschätzung und dem Erstaunen über dieses Geschenk, das ihr ein Gefühl der Überwältigung verschafft hat. Da Tinas Körper damit kämpfte, das fremde Organ zu akzeptieren, war der Weg zur Genesung nach der Transplantation schwierig und von Rückschlägen und Krankenhausaufenthalten geprägt. Tinas Körper war nicht in der Lage, das Organ aufzunehmen. Dennoch klammerte sie sich während der ganzen Zeit an die unerschütterliche Unterstützung ihres Mannes und an das Bewusstsein, dass sie eine zweite Chance auf Leben erhalten hatte. Zur gleichen Zeit, in der Tina mit ihren eigenen gesundheitlichen Problemen kämpfte, musste sie auch mit den herzzerreißendsten Verlusten fertig werden, die eine Mutter je erleben kann. Als sich ihr ältester Sohn Craig 2018 das Leben nahm, war Tina von Trauer und Fragen ohne Antworten überwältigt. Das war ein Schlag, der Tina völlig aus der Bahn warf. Obwohl Craig, ein freundlicher und sanftmütiger Mann, dem es schon immer schwergefallen war, seinen Platz in der Welt zu finden, kurz vor einem Neuanfang zu stehen schien, mit einem florierenden Job in der Immobilienbranche und einer Beziehung, die gerade begann, Gestalt anzunehmen. Der unerwartete und unerklärliche Entschluss, sein Leben zu beenden, hinterließ in Tinas Herz eine Lücke, die nie gefüllt werden konnte. Nach nur vier Jahren sah sich Tina gezwungen, sich von ihrem jüngsten Sohn Ronnie zu trennen, als ob die Welt nicht schon genug Unglück über sie gebracht hätte. Ronnie, der auch ein begnadeter Musiker war, hatte schon immer eine besondere Affinität zu seiner Mutter gehabt. Er hatte sogar zusammen mit seiner Mutter in der Verfilmung der Biografie What's Love Got To Do With It mitgespielt. Sein unerwartetes Ableben an den Folgen einer Darmkrebserkrankung war eine tragische Wendung des Schicksals, die uns an die Unsicherheit des Lebens und die Vergänglichkeit selbst der dauerhaftesten Beziehungen erinnerte. Während all dieser Ereignisse blieb Tina ein Fels in der Brandung, da sie auf dieselbe innere Stärke zurückgreifen konnte, die ihr geholfen hatte, die schwierigsten Zeiten ihres Lebens zu überstehen. Privat trauerte sie über den Verlust ihrer Jungs, fand Trost in der Erinnerung an die glücklichen Tage, die sie zusammen verbracht hatten, und in der Erkenntnis, dass sie endlich einen Abschluss in ihrem Leben gefunden hatten. In der Öffentlichkeit strahlte sie weiterhin. Ihre Stimme und ihre Präsenz dienten Bewunderern auf der ganzen Welt, als Licht der Hoffnung und des Durchhaltevermögens. Die andere Seite der Geschichte Nachdem Tina Turner mutig ihre tragische Geschichte des Missbrauchs erzählt hatte, den sie während ihrer Ehe mit Ike erdulden musste, wurde sein Name für einige Jahre zum Synonym für die schwerste Form häuslicher Gewalt. Ike zog sich größtenteils aus dem Rampenlicht zurück, während Tinas Ruf immer weiter anstieg und ihre erbauliche Geschichte vom Überleben und Erfolg Millionen von Menschen auf der ganzen Welt ansprach. Die düsteren Enthüllungen über sein Privatleben überschatteten sein einst berühmtes musikalisches Erbe, das dadurch völlig in den Hintergrund geriet. In den wenigen Fällen, in denen Ike sich öffentlich äußerte, bemühte er sich jedoch, seinen eigenen Standpunkt zur turbulenten Natur ihrer Beziehung sowie zu den Ereignissen darzulegen, die ihn in den Augen der Öffentlichkeit prägten. Er konnte es nicht vermeiden, sich mit den Schatten zu konfrontieren, die seine Beziehung verschlungen hatten, als er durch die Flure seiner Vergangenheit schritt. Ein Teil von ihm dachte, dass ihre Geschichte missverstanden worden war, verdreht von den hungrigen Augen einer Welt, die nach Kontroversen und Dramen suchte. Er erkannte die Qualen, die er verursacht hatte, und die Wunden, die er in Tinas Herz hinterlassen hatte, aber er glaubte auch, dass ihre Geschichte falsch verstanden worden war. Ike war der Meinung, dass seine Taten, auch wenn sie schlimm waren, nicht viel schlimmer waren als die vieler anderer Männer und dass ihre gemeinsame Zeit in ungerechter Weise übertrieben wurde. Ike kämpfte unterdessen mit seinen eigenen Schuldgefühlen und empfand gleichzeitig ein Gefühl des Verrats, weil Tina ihre persönlichen Probleme ausgenutzt hatte, um ihren eigenen Beruf zu fördern. Er hatte den Eindruck, dass sie eine Art Herrschaft über die öffentliche Meinung erlangt hatte, indem sie sich als die erfolgreichste Überlebende darstellte, während sie ihn als die negative Figur darstellte. Ikes Frau und Kinder standen im Kreuzfeuer ihrer zerrütteten Ehe, und der Gedanke an sie lag ihm besonders schwer auf dem Herzen. Die Art und Weise, wie Tina sich auf der Suche nach einer neuen Identität von ihrer Herkunft entfernt hatte, brachte er zur Sprache, als er über ihre scheinbare Verlassenheit sprach. Eine bittere Erinnerung an die wachsende Kluft, die sich zwischen ihnen entwickelt hatte, war der Vorwurf, sie habe sich immer danach gesehnt, ihre Dunkelheit zu verlassen. Diese Anschuldigung blieb im Raum stehen. Ike konnte Trost in seiner Musik finden, indem er sie selbst dann hörte, wenn er am Tiefpunkt war. Die Grundlage, auf der er sein Leben neu aufbauen würde, war das Einzige, das während seines gesamten Lebens beständig geblieben war und ihn nie verlassen hatte. Er sprach von seiner Absicht, einen neuen Anlauf zu nehmen, den er als Chance sah, sich mit neuem Engagement über die Schwierigkeiten der Vergangenheit hinwegzusetzen. Doch als die Zeit verging und sich Ikes Gesundheitszustand infolge jahrzehntelangen Drogenmissbrauchs verschlechterte, verschwand er allmählich aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit und wurde zu einem Gespenst der musikalischen Kraft, die er einst gewesen war. Tina, die sich längst ein neues Leben und einen neuen Beruf aufgebaut hatte, entschied sich, nicht an seiner Beerdigung teilzunehmen, als er schließlich 2007 verstarb. Sie waren schon seit längerer Zeit getrennt. Jeannette, Ikes Witwe, war diejenige, die die Verantwortung dafür trug, einen öffentlichen Appell an Tinas Vergebung zu richten. Obwohl sie sich des großen Leids bewusst war, das Ike verursacht hatte, versuchte sie, ein nuancierteres Porträt des Mannes zu zeichnen, der die Schlagzeilen beherrschte. Ein hochgradig geschädigter und komplexer Mann, der trotz all seiner schrecklichen Fehler eine wichtige Rolle dabei gespielt hatte, Tina und zahlreiche andere Künstler bekannt zu machen. Er war ein vielseitiger, aber furchtbar fehlerhafter Mensch. Letztendlich ist das Erbe von Ike Turner nach wie vor kompliziert und umstritten. Von seinen Anfängen als bahnbrechender Rock'n'Roll-Erfinder bis hin zu seinen letzten Jahren als hitverdächtiger Air- und B-Bandleader waren seine Beiträge zur Musikwelt unbestreitbar innovativ. Seine Beiträge wurden während seiner gesamten Karriere geleistet. Aber auch das Elend, das er denjenigen zufügte, die ihm am nächsten standen, die Wunden, die er im Leben seiner Frau und seiner Kinder hinterließ, sind ein wichtiger Faktor. Tina Turners Weg zum inneren Frieden. Tina Turner, die am 24. Mai 2023 im Alter von 83 Jahren verstarb, war eine echte Legende, die der Welt verloren ging, als sie in ihrem Haus in Kusnack in der Schweiz verstarb. Als sich die Nachricht von ihrem Tod in der Musikbranche und darüber hinaus verbreitete, beklagten Fans und andere Musiker gleichermaßen den Verlust einer Ikone. Ihr Tod löste in der Branche Schockwellen aus. Nach ihrem Tod bekundeten Menschen aus der ganzen Welt ihr Beileid und zollten ihr Respekt. Musikgrößen wie Beyoncé, Mariah Carey, Elton John und Mick Jagger brachten ihren Respekt vor Turners unvergleichlichem Können und ihrem unnachgiebigen Geist zum Ausdruck und teilten ihre Erinnerungen an Turner. Mehrere Politiker, darunter der Vizepräsident der Vereinigten Staaten, Joe Biden, sowie die ehemaligen Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton, bekundeten ihr Beileid und betonten Turners Einfluss nicht nur auf die Musikindustrie, sondern auch auf die Gesellschaft als Ganzes. Eine der bewegendsten Würdigungen kam von König Charles de Dayton, der die Erlaubnis erteilte, dass The Best, einer von Turners berühmtesten Songs, bei der Wachablösung im Buckingham Palace gespielt wird. Dies war vielleicht eine der aufrichtigsten Ehrungen. Eine Auszeichnung, die einer Frau gebührte, die tatsächlich die Beste in ihrer Branche war. Einer Pionierin, die Grenzen durchbrochen und neu definiert hatte, was es heißt, ein weiblicher Rockstar zu sein, wurde ihr zuteil. Irwin Bach, Tina Turners Ehemann, traf die Entscheidung, persönliche Informationen über das Leben der berühmten Sängerin zu einem Zeitpunkt preiszugeben, als die ganze Welt um sie trauerte. Insbesondere entschied er sich, über ihren spirituellen Weg zu sprechen, der der Öffentlichkeit weitgehend verborgen geblieben war. In einem für Bach einzigartigen Interview gab er Einblicke in Turners tief verwurzelte Religion und wie diese ihr half, durch die turbulenten Flüsse ihres Lebens zu segeln. Ike Turner, der damals mit Turner verheiratet war, war derjenige, der sie in den frühen 1970er Jahren mit dem Nishiren-Buddhismus bekannt machte. Dies war der Beginn von Turners Reise zu einem spirituelleren Weg. Obwohl sie zunächst zögerte, entdeckte Turner, dass die Praxis des Chantens von Nammyoho Rengekyo, einem Mantra, das ihrer Meinung nach die Fähigkeit hat, das Leben der Menschen zu verändern, ihr ein Gefühl des Trostes vermittelte. Durch ihre weitere Beschäftigung mit den Lehren des Buddhismus, konnte Turner ein zuvor unerreichbares Gefühl innerer Gelassenheit und Stärke entdecken, nachdem sie viele Jahre lang gesucht hatte. In seiner Offenbarung zeigte Bach, dass Turners religiöser Glaube nicht nur eine flüchtige Modeerscheinung war, sondern vielmehr ein wesentlicher Bestandteil ihrer Persönlichkeit. Sie bekannte sich zu ihrer Herkunft aus der Baptistenkirche, in der ihr Vater als Diakon tätig war, und nahm gleichzeitig die Lehren des Buddhismus an. Sie bezeichnete sich selbst oft als buddhistische Baptistin, sobald sie sich zu dieser Erkenntnis durchgerungen hatte. Darüber hinaus fand Turners spirituelle Praxis nicht nur in den eigenen vier Wänden statt. Im Jahr 1979 zierte sie die Titelseite des Jet Magazine, auf der ihr buddhistischer Altar deutlich zu sehen war, was ihre Bereitschaft zu einer offenen Kommunikation mit der Öffentlichkeit über ihre Ansichten unter Beweis stellte. Ihr ganzes Leben lang verwies Turner auf ihre spirituelle Praxis als den Faktor, der ihr half, die schwierigsten Zeiten zu überwinden. Als sie mit den Schwierigkeiten ihrer gewalttätigen Ehe mit Ike Turner konfrontiert wurde, griff sie auf das Singen zurück, um Frieden und Orientierung zu finden. Während Turner über die transformative Kraft ihrer Religion nachdachte, bemerkte sie einmal, »Ich erkannte, dass ich alles in mir hatte, was ich brauchte, um mein Leben zum Besseren zu verändern.« Darüber hinaus gab Bach persönliche Informationen über Turners tägliche spirituelle Praxis preis. In den schwierigsten Zeiten ihres Lebens rezitierte sie stundenlang und suchte Trost im sich wiederholenden Muster des Mantras. Trotz der Tatsache, dass sich ihr Leben verbesserte und ihre Karriere neue Höhen erreichte, blieb Turner ihrer spirituellen Praxis treu, wenn auch mit einem weniger intensiven Engagement. Es war Turners Überzeugung, dass Musik die Fähigkeit besitzt, eine Verbindung mit dem Göttlichen herzustellen, die als einer der bemerkenswertesten Teile ihrer spirituellen Erfahrung hervorstach. Sie zog den Vergleich zwischen Singen und buddhistischem Shanten und wies darauf hin, dass der Klang und der Rhythmus des Mantras die Kraft hätten, gleichzeitig die tiefsten Bereiche des menschlichen Geistes zu erreichen. In einem Interview mit der Zeitschrift Lions Roar sagte Turner, »Nammyoho Renge Kyo« sei ein Lied. Es hat nicht nur einen Rhythmus, sondern auch einen Ton, der tief in einem Selbstwiderhalt. Das Unterbewusstsein ist der Ort, zu dem wir versuchen, Zugang zu finden. Meiner Meinung nach ist es der höchste Ort, und wenn man in der Lage ist, mit ihm zu sprechen, kann man Wissen darüber erlangen, wie man vorgehen kann. Die spirituelle Reise, die Turner unternahm, beschränkte sich nicht auf ihre eigene persönliche Praxis. Sie suchte bewusst nach Gelegenheiten, um Verbindungen zu anderen spirituellen Praktizierenden und Führern herzustellen. Im Jahr 2005 hatte sie ein Treffen mit dem 14, Dalai Lama in der Schweiz. Danach arbeitete sie mit dem schweizerisch-tibetischen buddhistischen Sänger Dekun Shok Dagse und der Schweizer Sängerin Regula Kurthi an einem spirituellen Musikprojekt namens Beyond. Es ist möglich, dass ihr tief verwurzelter Glaube und ihr Streben nach innerem Frieden das dauerhafteste Vermächtnis sind, das sie hinterlässt, obwohl ihre Musik und ihr unbezwingbarer Geist für alle Zeiten in Erinnerung bleiben werden. Ich bin neugierig, was ihr über Tina denkt. Abonnieren Sie den Kanal und lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, was Sie davon halten.